betäubender das war ein bisschen den bereich und deshalb mal ein ekg weil das die betäubung an wirkt das dauert ja also normal ist nicht dass so eine herzchen schank ist ja immer dann polio was war von einem t-shirt so achtung dran ok es geht los ja ich gucke um bild hier oben einen moment das kurz laufen ja so ich gucke mir das mal an wie das war schon so tot kein herz schlack jetzt ja sie gut aus ja ja wenn noch zu retten ist ja doch wir können ein zwei tage nicht sitzen dann wenn er da dir das recht zu genäht hat was jetzt los am blutmessen blutdruck als sicher zahlbar er hat das gerät ist kaputt er ist alles gut ich glaube er kennt schon sie sind kaputt machen sie die arbeit mal ordentlich und bezahle ich sie eigentlich hier so gut dann kommen auf die seite ihren er war das loch zu arbeiten aber nicht das falsche loch zu nehmen ja 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 warte ja ja kann er nehmen zum blutdruck das wird sicher gehen können weiß ja aber hört sich gut an glaube ich ja perfekt gefallen aber sind sie bereit wird es jetzt losgehen geben sie vollgas ok ja denk an die brauchst du die örtliche betäubung oder bist du mal ein paar stehen ja gut dann ist mein rück oder ist die zeug raus ja stück mal rück ich bin doch schon weg jeder stehst du voll von weg dankeschön so dann schauen wir mal nach ich ziehe ein stück die hose runter ja immer schon runter mit dem ok ich werde aber noch daran hängen während der op genau wissen was mit ihnen ist sie ist es hat man richtige arbeit nicht immer nur irgendwo sport machen gehen und so ja ja immer das haben wir jeden tag hier also weißt du es ist ja eigentlich so der herzlos einmal starten ich sehe alles sehr schön natürlich war hier ein bisschen desinfizieren ja ich bin der kalt werden bisschen brennen die kugel ist rausgekommen noch nicht nicht das war ein pupser ach du scheiße ich muss los dauert doch ein bisschen oder her ich werde jetzt ein bisschen die haut auf die seite machen man sieht sie die kugel sieht man schon ein bisschen ich zähle von drei runter und dann einmal zähne zusammen bei so falls sie noch was spüren da hinten weil es wurde betäubt und geht's los so da mal ein bisschen auf die seite so das war das noch gut ja ich habe ich habe das gefühl ja hat irgendwas am brennen ok warte noch bei 21000 perfekt ist ja richtig tapfer hier bin ja auch der mann und keine männer so muss dann sein das musste auch sein so es könnte so dann nehmen wir das war zu überall auch in europa nicht nur hier ja ja aber wir sind ja jetzt nicht in europa hier wir sind nicht beim onkel was sind verband hetzen gern als mein onkel also also natürlich kann also kannst du jetzt im verband aussuchen so pflaster und so das ist hello kitty batman und barbie also der krimlin barbie einfach einfach eins was klebt was rosa gelb blau einfach alles alles wo dann mach alles drauf daniel ok war ganzen film drauf ja und plus die rechnung am ende ja die zahlst du gleich das kommt gleich ja das machen wir schon ob ich hast du noch so viel geld sonst können wir dich gar nicht frei lassen hier schicke ich zu deinem onkel ja ok den onkel kann bezahlen mit meiner nicht meiner hat kein geld wie ist eigentlich dummer ketchup dein name weiß ich jetzt aber den anderen namen nicht das mein kollege der daniel 8 daniel guten morgen ein wunderschönen guten morgen warte mal sie haben ja auch schon mal öfters angetroffen oder was für bieter und kasino vorhin und k1 eben mal kurze frage sind sie nicht der daniel irgendwas mit grüße sie ja mal schocka wie man schocka nix mal schocka das hat aber irgendwo anders aufgefangen ja ja du guckst du viel fernsehen glaube ich maraska maraska so wir kennen uns ja der ketchup und der daniel die station musste noch mal kurz so der dann werde ich sie mal vom bett lösen die zwei lieblingsherren schon wieder alter jetzt mal unter uns also ihr seid mega coole leute ja ja da habe ich tun unser bestes ein stück runter du musst aber da runter da jetzt irgendwie ist irgendwas lustig ich ja das hast du gemacht ich war im klamottenladen habe mir irgendwas angezogen dann wieder ausgezogen dann wieder angezogen irgendwie sehe ich jetzt so aus ist klar dass sich umschließen du sicher aus wie ein troll ja aber ist nicht schlimm aber jetzt mal zum realistiken bin mega stolz auf